Wie erfolgreich ist das aktive Management im Vergleich zum Markt? Und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass von 100 aktiven Managern, und da sprechen wir jetzt von den sogenannten selbsternannten Profis, es gerade einmal drei oder vier schaffen, über fünf Jahre den Markt zu schlagen. Das heißt, statistisch betrachtet ist das ungefähr die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie wenn Sie beim Roulette-Spiel auf die Zahl 8 setzen. Und jetzt frage ich Sie, wollen Sie wirklich Ihren persönlichen Wohlstand, Ihre eigene finanzielle Absicherung davon abhängig machen, ob die Zahl 8 kommt?